So, von hier oben war das doch. Runterspringen. Genau, das war der lange Weg. Da hinten waren die Eier. Da war lauter Typen, die konnte ich aber alle umgehen und da ist Loot. Soll ich mal versuchen, das Loot zu schnappen? Den Loot? Den Loot? Den Loot zu schnappen. Ich hab den Ring an. Ja, mach mal. Ich rutsche jetzt da runter und hoffe, dass ich... Spieltechnisch gesehen ist das einfach gerade nach unten, ne? Ja, nee, das klappt so nicht. Ja, lassen wir das. Gehen wir hier ganz normal runter und da hinten zur Brücke will ich hin. Verzauber bitte vorher mal die Waffe. Weil hier waren gleich Gegner. Das reicht schon. So, alihops. Hallo. Drei Stöße. Ah gut, ihr seid ein bisschen zäher als die Kollegen, die ich eben gerade bekämpft habe. Hopp. Ja, definitiv zäher. Also andere Resistenzen wahrscheinlich. Oh, na gut. Das Ding hier hatten wir uns angeguckt. Glaube ich. Oh, du bist noch gar nicht aktiv. Ja, also ich hab definitiv was übersehen. Nicht nur den einen Boss, sondern auch irgendwie den Fahrstuhl hier. Also das Gegenstück zu dem Fahrstuhl. Das müsste ich also auch noch finden. Da ist die Brücke. Die Brücke, die echt Probleme gemacht hat, eine ganze Zeit lang. Mal gucken, wie das jetzt so läuft mit dem Char. Au, au. Bin gleich tot. Gut. Das ist nicht gut. Hier ist noch mal eins. Ja, geht, geht. Wo ich gespannt bin, sind diese Geister, die nicht mehr Geister sind, sondern Ritter. Ihr wisst, was ich meine. Die Spielergeister, die nicht Geister sind. Genau die. Ich komm hier gleich. Wie stark die jetzt sind. Äh, ich versuch die jetzt einmal mit dem... Ja, hier hab ich auch was übersehen. Ich versuch die jetzt einmal unverzaubert mit der Klinge. Und dann guck ich mal, wie viel mehr Schaden ich mit dem verzauberten Ding mach. Hallo, ich würde dich gern backstabben. Oh, ist okay. Sogar sehr okay. Gleich viel angenehmer. Weil hier sind wir eigentlich nur durchgekommen, weil ich panisch gerollt, gesprungen und was weiß ich bin. Oh, das hat angeklappt. Wow. Viel mehr Schaden. Okay. Human effigy, human effigy. Nein. Ich brauch wirklich, wirklich, wirklich human effigies. Das Einzige, was mir allerdings ad hoc einfällt, ist, wie da unten bei den Priesterinnen. Und das war nicht so wirklich schön. So, da war eine Druckplatte, die ignoriere ich mal. Die zwei da stehen auf, obwohl ich sie eigentlich ignorieren kann, aber müssen sie zählen. Ich brauch sie zählen. Viele, viele Seelen brauch ich. Das hier sieht verdächtig aus. Oh, ja, 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 ja. Ich kann da nur nicht, also hier kann ich nur nicht wieder hoch, wenn ich einmal da unten war, glaube ich. Ist die Druckplatte da? Wenn sich da hinten was bewegt wäre, die Druckplatte tiefer? Ich glaube nicht. Äh, gut. Also hier... ...ist nur der Raum. Was bist du? Du bist ein großes Schwert. Hurra für Waffe. Und dann versucht Traurigkeit. Wenn man sie nicht mitnehmen kann. Naja. Oh, ja. Wenigstens noch rechtzeitig gemerkt. Äh, nee, verzaubern wir nicht. Ich glaube, wir kommen klar bei ihr hier. Ohne die verzauberte Waffe essen. Muss er sowieso sterben. Und die ganze Zeit im Gift stehen. Also da müsste irgendwo die Tür sein, die wir von der anderen Seite eben gerade nicht öffnen konnten. Aber hier ist kein Weg da wieder hoch. Oh, Loot. Loot ist immer gut. Menschliches Bild. Oder Menschenbild. Also Human Effigies. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Apropos, wie ist meine Ausrüstung gerade? Mach das mal weg und den mal hin. Mach den mal weg und das mal hin. Mehr Schaden ist wichtig. Oh mein Degen ist gleich kaputt. Ähm. Ja. Ist halt gleich kaputt. Ach so. Hier war es mit dem Runterfallen, ne? Hallo. Hallo. Oh. Bist du noch ein Geist? Da war es zum Anschießen. Oh Mist. So. Schnell. Ach du. Ja. Also in der Geisterform machen sie sehr, sehr viel Schaden. Äh Quatsch. Halten sie viel mehr Schaden aus. Nein, 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 nein. Trink. Komm hier runter. Genau. Würde ich eigentlich ganz gerne backstabben. Oh, 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 oh. Ja, äh, 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 trink. Oh, Quatsch. Also da ist ein Schalter, eine... Truhe. Ich habe noch nicht geplündert. Da, oh. Leute's Talisman. Da ist eine davon. Ich denke, ich benutze mal eins. Hiervon. Weil ich hätte meinen Degen doch ganz gerne länger. Und du. Ah, du. Was? So, dich habe ich schon gerückt. Dadurch haben wir das hier auch bekommen, glaube ich. So, du bist jetzt gleich tot. Okay. Da ist noch überall... Da unten ist noch so ein... Geist, nicht Geist. Ich muss Dieren-Särge finden. Das würde das Ganze hier erheblich vereinfachen. Oh. Oh. Äh. Ist hier noch irgendwas zum Anschießen? Da könnte ich abkürzen. Da war diese Invasor. Dieser komische Clown. Da. Oh, warte mal. Das sieht doch aus nach so einem... Fast-Secret. Schieß mal... Äh. Da drauf. Hast du gerade versucht, damit zu hauen? Das ist sehr komisch. So, wie... Treffe ich das Ding jetzt? Gar nicht. Okay. Ey. Also von unten wahrscheinlich. Ja, das müsstest du erst mal sterben. Ja, aber eben gar kein Schaden. Ist okay. Ja, genau. Das habe ich auch versucht mit dem Bogen. Aber es klappt nicht, wie du da feststellen wirst. Sind da zwei? Och, nö. Das... Das... Äh... Muss nicht sein. Guck ich jetzt mal auf die andere Seite. Also da ist noch eine Eisenkiste. Hallo, Eisenkiste. Also ich habe schon mal jede Menge Loot übersehen. Blutbissring plus eins. Was macht denn der Blutbissring? Na, welcher war das? Gift... Ach so. Erhöht Blutungsresistenz. Ja, pff. Okay, jetzt bin ich hier... Roll. So, die Stacheln machen nicht Instant-Totschaden. Die machen nur... Moderaten Schaden. Du machst mehr als Moderaten Schaden. Das weiß ich. Kann ich dich irgendwie... Oh, hallo. Yikes. Ich kann ihn schon mal nicht backstabben. Äh... Können verrieren. Aber das sieht nicht gerade gesund aus. Ja, Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Sein Schaden hält sich in Grinsen. Hält mir so viel aus. Komm, komm. Weg. So. Da war noch ein zweiter von dir hier unten. Den Looter hätte ich eigentlich ganz gerne. Ich habe schon Lebenspunkte-Ring an. Der da macht auch Lebenspunkte. Zieh mal das da noch an. Und... So. Fackel. Ernsthaft? Aber... Der Schaden ging echt. Das ist... Ja, gut. So, wo ist nochmal zwei von euch? Danach habe ich hier ganz viel Loot, den ich plündern kann. Ja, 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 ja. Hier ist nicht viel... Du warst gerade unsichtbar. Oh. Ja, du blitzst da irgendwie in die Wand rein. Dann wirst du unsichtbar. Nicht gut. Also in ein paar Stellen sind die... Oh, oh. Add-on-Gebiete ein wenig unausgereift. Genauso wie auch die anderen Ritter, die durch die Wände durchschießen konnten und schlagen und was weiß ich. Nicht so schön. Aber auch alles andere. Also was Gegner-Art angeht und Spielmechanik und vor allem Grafik. Also wie dramatisch das aufgebaut ist. Und da sind die Add-ons super. Aber es scheint ein bisschen so, als hätten sie nicht so viel Zeit gehabt dafür. So, zack. Also nochmal rein. Geht's nicht in die dreimal. Gut. Wird meine Rüstung dadurch auch beschädigt? Ja, wird sie. Äh, wir nehmen doch bitte mal... ...den Ring da. Der sorgt ja dafür, dass wir... ...weniger Schaden bekommen, als unsere Ausgustung weniger Schaden bekommt. Und ich glaube, ich springe jetzt dahin. In der Hoffnung, dass ich mir so Schaden erspare. Ich sag schon mal Aua. Vor allem, wenn ich da reinrolle. Lauf, 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 lauf. Okay. Also ich hab mir das wesentlich dramatischer vorgestellt. Aber ich bin da auch ein bisschen übervorsichtig, was solche Sachen angeht. Ausrüstung hat fast keinen Schaden bekommen. Okay. Jetzt würde ich ganz gerne als nächstes... ...den Schalter da... ...anschießen. Und es war übrigens eine sehr gute Entscheidung, hierher zu kommen. Das Grinden bei dem anderen Boss. Den Weg frei grinden. Das war mit der Zeit echt ein bisschen Fahrt. Und hier finden wir jede Menge Loot. Haben komische Rätsel. Mist. Von hier? Ja, sowas mag ich auch nicht. Weil eigentlich müsste ich die Druckplatte treffen. Aber da ist eine unsichtbare Wand. Weil die Textur hiervon irgendwie größer ist, als das eigentlich im Spiel dargestellte. Dich hab ich schon mal gehauen, ne? Siehst eingedrückt aus, ja. Ja, von oben hatte ich getestet. Von oben geht's nicht. Muss ich vielleicht einen Trickshot machen? Von da hier durch da hin? Au. Na komm, die eine Ecke da oben. Ticken hoch. Tick, tick. Ah, gut. Oh. Nächste Herausforderung. Das schreibe ich von oben, glaub ich, wieder.